Und Gott sprach, dass einen Gehle viele begangen zu guten Werken und dann zu Fähigkeiten sie umzusetzen, welche die Erde zu einem besseren Ort machen. Und Gott schuf große Wissenschaften wie Mathe, Chemie und Physik, so dass die Welt von ihnen erfüllt wird, eine Gehle nach ihrer Art. Und verschiedene Künste wie Musik und Literatur, welche die Erde beleben sollen, eine Gehle nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war und Gott segnete die Künste und die Wissenschaften und sprach, bring uns sie, um die Welt mit Gutem zu erfüllen, so dass sie sich auf der Erde aufbreiten und den Menschen für Freude dienen. Daraus wurde Gutes und Schlechtes der fünfte Tag. Und Gott sprach, es seien in dir viele Gedanken zu guten Werken und dazu Fähigkeiten sie umzusetzen, welche die Erde zu einem besseren Ort machen. Und Gott schuf große Wissenschaften wie Mathe, Chemie und Physik, so dass die Welt von ihnen erfüllt wird, eine Gehle nach ihrer Art. Und verschiedene Künste wie Musik und Literatur, welche die Erde beleben sollen, eine Gehle nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war und Gott segnete die Künste und die Wissenschaften und sprach, benutzt sie, um die Welt mit Gutem zu erfüllen, so dass sie sich auf der Erde ausbreiten und den Menschen zur Freude dienen, so dass sie sich auf der Erde ausbreiten und den Menschen zur Freude dienen. Daraus wurde Gutes und Schlechtes der fünfte Tag. Schlechtes der fünfte Tag. Daraus wurde Gutes und Schlechtes der fünfte Tag.